Willkommen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, uns ins Lammental zu fahren, mit dem frischgebackenen österreichischen Meister im U16 3000-Meter-Werb. Erzählen Sie mal, Herr Hasler, wie war's? Ja, super, Rennen perfekt verlaufen, die ersten 2000 Metern in größten Konkurrenten Tempo gemacht und die letzten 1000 bin ich angegast. War der Erfolg überraschend für Sie oder haben Sie damit schon spekuliert ins Geheim? Ja, sagen wir so, ich war zuversichtlich, dass ich gewinnen kann, nur, dass so eine gute Zeit rauskommt, habe ich nicht gedacht. Super, also die ganze Familie ist wahrscheinlich stolz auf Sie und die ganzen Frauen. Und wer hat Sie eigentlich begleitet und angespornt, dass Sie so weit gekommen sind? Ja, meine ganze Familie hat mich unterstützt, natürlich, super, Opa, Oma, über Opie, Omi, Tanten, Onkel und natürlich Schwester, Bromid und alle, Vater, Mutter. Super. Was sind die nächsten Ziele, kurzfristig? Kurzfristig ist jetzt nur mal eine Pause angesagt und Schnelldurchkeit planieren und dann im Herbst geht's wieder los. Super. Wir bedanken uns für den Lokal-Eigenschein aus dem Lavantal. Mein Name ist Stefan Weinberger für die Lavantal der Nachrichten. Vielen Dank. Oke. ih